hallo und herzlich willkommen ich bin zu einer weiteren folge von lego star wars die komplette saga ja letzte folge haben wir die ersten zwei kapitel von episode 2 gespielt und jetzt machen wir natürlich weiter episode 2 angriff der klonkrieger kapitel 3 ruidenfabrik obi wang kenobi hat die spur des kopfgeldjägers jango fett nach geonosis zurückverfolgt dieser fels felssieger für eine druidenfabrik bekannte planet ist das hauptquartier der separatisten während einigen skywalker und sanatorin amygdala bewacht landet obi wahn mit seinem jedi raumjäger auf geonosis cool a shot ok geonosisiana pop ... ... ... ... ... Okay, ein Zerstörer. Warum fliegen wir hier eigentlich im Orbit von Neonosis herum? Oh Gott sei Dank, wir sind Anakin. Blaster hin oder her, Anakin ist heute büüüüü, okay. Oh, Gionosiana, wie ich sie hasse. Ah, Anakin spürt sich ein bisschen schneller. Oh Gott, früher. Okay, ihr habt das spürt. Oh, der hat dann richtig... Oh, what the fuck, Anakin. Oh, das ist mir nicht gut. Läuft. Läuft. Sam, warum kann Anakin solche Sprünge, Alter? Bam. Bam. Da liegt Geld. Und da soll ich's Geld gelegen. Da liegt immer noch Geld. Da liegt Self-beword. Yeah. Stats. Meine Stats. War denn ein Jedi? Wow. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Level wieder long dauern wird mit wahrer Jedi. Aber das Level schafft man wenigstens als wahrer Jedi. Nicht so wie die Raumschiff-Level. Auf das eine Raumschiff-Level, das gibt es halt zweimal in Spür und auf das habe ich halt null Bock. Das ist natürlich das... Oh, ne. Du wärst mich nicht. Ich werde jetzt mini, die braucht Geld. Kannst du eigentlich überhaupt etwas paren mehr? Die ballert, ballert, ballert und die ganze Zeit trifft der Schuss nicht. Okay, dann haben wir mehr Stuts wieder. Yeah! Ich sage ja, der Sprung ist ja über krank. Hui! Hui! Natürlich. Gold? Meins. Okay. 20% circa. Oh, haben wir hier alles? Okay. Ha! Ist mir gerade egal, ob du das Geld da kriegst. Wenn ich kriege, kriege ich in den Auge. Ach stimmt, das ist ja die Kacke doch mit dem Gold. Hier mal nur immer ein bisschen, dass man es halt föhnt. So, zack. Ah, Scheiße! Bin Goldgeil! Hm. Ich habe jetzt meine Goldgeilheit gebraucht. Jetzt hoch! Oh! Oh Gott! Alter! Oh! Der Schuss war aber geil! Der Schuss war aber geil! Der R2 auf jeden Fall. Aber wo? Der R2. Der R2. Der R2. Ja, super! Wow! Was soll ich dagegen machen, bitte? Da! Hey! Alter! Da! Nee. Ganz sicherlich nicht. Ja, das ist das heute, wo es da passieren konnte. Boah, ich hasse das! Nein! Nein, 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 nein! Öh! Na gut. Okay, ich verschwende nur Geld, ich verschwende nur Geld! Hä? Hab ich jetzt denn das Level doch noch einmal? Zack! Zack! Ich her, R2. Aber wo ist der? Achso, ich komme durch! Ich muss mir auch noch besorgen! Oh Mann! Da ist der R2 Symbol! Super! Warst du eh nicht, dass man da durch kann! Oder jetzt wissen müssen! Aber ich habe es schon lange nicht mehr gespielt! Hey! Ja, ja! Tut besser! Ja! Hat er zu! Boah, alter! Natürlich wieder Geld! Das war unfair! Ja, ja! Da oben waren wir noch halb Gold danach! Ich habe zu sägen! Ich bin mal R2, das ist ja schon einmal cool! Oh Gott! Oh! Oh! Dönus! Oh, das war mit! Oh! 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 ja eine könnte ja gut wo ist eine kind so sagt so Oh. Ich glaube schon, dass das so wichtig ist. Ja. Gut, das nehmen wir mit. So, zack. Bam. Nicht so risky. Okay, zack. Ich glaube, es wird D-Folgen wieder nur A-Level. Könnte es sein. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht überlegen wir wieder. Ne, zwar. Hilfe. Ich mach so, dass es mir überpasst. Ding. Ah, wir sind sogar voll cool. Das war nur für ein Minikit und Geld. Cool. Nice. Habe ich auch meinen Druiden umgebracht? Eventuell. Komm. Raus hier. Das ist ein Minikit. Tomat. Zack. Weiter geht's. Okay. War er Jedi. Stellt kurz davor. Jetzt tausend. Hm? wird es tausend so gibt es tausend oz 3 p o auch mal hier stehen bekommen c3 p o jetzt endlich früher mal nur tc 14 aber c3 p ist dafür cool der protokoll ruide das hat für mich eine rundfahrt so hat selber c3 p o schnell überlegt sind wir noch drauf oder nicht also arme im kreis wegen geld ich bin aber richtig mit 40.000 40.000 da müsste jetzt war er jetzt ich bin okay das heißt jetzt machen wir das level fertig c3 p o komm koldruidenfreund ich gehe eigentlich normalerweise immer links im weg aber ich habe gesehen dass dort blaue münzen sind deswegen und c3 p o ist gleich mit nice dann können wir gleich weiter naja dann können wir jetzt durchrushen das level weil das was wir werden wollten zusammen mal auf und dann ja was schön ja da kül was schön so weiter gehts Ich bin dran ab. Ich bin mit dem Maske. Ah, Lim. So, danke. Okay, da ist nichts mehr. Was, dann gehts weiter. Was, dann gehts weiter. Ach, nö. Was ist da unten? Oh Gott. Ich weiß, ob er, wenn man muss. Komm her, Tro. Was ist das? Was ist das? O Gott. Ich weiß nicht, ob er mir muss. Mr. Skywalker bin ja schon wohnt da so c3p herrn muss so was man jetzt schon mit fünf minikets läuft so das ist gesperrt das heißt jetzt wo das c3po terminal deswegen konnte ich da schon ein bisschen so herauskristallisieren die 3p oder für 3po terminal schaut anders aus genau erst mal links und einmal rechts und gibt mir wieder den mich selber auch ja ok das ist gefährlich meister kenobi warte aber da hinten ist noch ein bissel blau wir gehen mit 63 stadt aus diesem level level abgeschlossen freispiel freigeschaltet anakin skywalker padawan anmerkennung und natürlich noch c3 p.o. natürlich sind wir auch wahre jede geworden wir haben mal 400.000 nicht schlecht okay es wird die kamen man das als charakter macht keine ahnung aber egal so nun gut leute dann würde ich sagen wenn euch der part gefallen hat dann lasst euch ein like und abo da aktiviert die glocke nicht mehr zu verpassen und dann sehen wir uns bei der nächsten folge von lego star muss die komplette seite wieder bis dann euer platte wie servus